Wir sind bei 26.11 Uhr, sicher zur Schule mit dem Fahrrad und zu Fuß. Ein Antrag, der interfraktionell gestellt worden ist. Und da gilt die Frage, wer ihn uns einbringen möchte. Frau Gaspari, bitteschön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei diesem interfraktionellen Antrag geht es um Schulweg-Sicherheit. Und auch dieser Antrag hat zwei Teile. Der erste Teil betrifft Schulweg-Sicherheit bei zu Fuß gehenden Kindern. Ich glaube, wir alle kennen die Situation morgens vor den Schulen. Schulen, entweder weil wir mal vorbeigekommen sind oder Kinder abgegeben haben oder aus der Presse. Elterntaxis halten vor vielen Schulen in zweiter und dritter Reihe. Es ist ziemlich chaotisch. Dazwischen queren die kleinen Grundschulkinder, die zwischen den großen Autos nicht gut sichtbar sind. Und wenn doch mal ein Auto rückwärts fährt, kann es sehr schnell sehr, sehr schlimme Konsequenzen haben. Die Polizei hat angefangen, immer mehr zu kontrollieren zu Schuljahresbeginn. Und gerade dieses Jahr haben sie festgestellt, dass es sehr viele gefährliche Situationen gab für die Schulkinder und deswegen großer Handlungsbedarf besteht. Wir schlagen mit diesem Antrag eine mögliche Lösung vor. Und zwar an geeigneten Grundschulstandorten könnten Elternhaltestellen eingeführt werden. Elternhaltestellen sind Kurzzeitparkplätze. Man darf dort kurz parken in ungefähr 250 Meter Entfernung zur Schule. Und von dort bis zur Schule kann das Kind zu Fuß gehen. Der Weg muss natürlich sicher sein. Solche Elternhaltestellen können eingeführt werden, wenn die Schulgemeinschaft damit einverstanden ist und sich beteiligt. Und das Ganze ist immer verbunden mit einem Halteverbot direkt vor der Schule. Vor der Schule wird dann überhaupt nicht gehalten in dieser Zeit. Die Erfahrung aus anderen Städten zeigt, dass das dort sehr erfolgreich durchgeführt worden ist. Wir sind ja nicht die Ersten, sondern das haben schon viele Städte gemacht. Der ADAC empfiehlt es ausdrücklich. Und er hat festgestellt, dass das morgens vor den Schulen zu deutlicher Entspannung geführt hat. Und interessanterweise sind daraufhin mehr Kinder den ganzen Weg zur Schule zu Fuß gegangen, mit Freunden oder alleine. Dieser interfraktionelle Antrag beauftragt die Stadtverwaltung, Pilotprojekte durchzuführen. Und es gab ein riesiges Interesse darauf. In den Stadtbezirksbeiräten und in den Ortschaftsräten kamen ganz viele Vorschläge. Deshalb haben wir den Antrag nochmal geändert oder setzt, so wie er jetzt federführend vorliegt. Und wir haben die ganzen vielen Vorschläge von Schulen, die sagen, wir wollen gerne an einem Pilotprojekt teilnehmen, aufgenommen. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel. An Frau Abel und mich ging eine Mail, ganz gezielt ein Brief. Die Schulleitung und der Elternrat der 50. Grundschule haben geschrieben, eine Elternhaltestelle und ein Halteverbot direkt vor der Schule. Das würde uns sehr nützen. Da alle anderen Aktionen langfristig bislang keine Wirkung gezeigt haben. Ja, und dann noch der zweite Teil des Antrags. Hier geht es um Ratschulwegpläne für Schulen. Das ist ein Auftrag aus dem Radverkehrskonzept. Das Radverkehrskonzept schlägt vor, Ratschulwegpläne einzurichten in Dresden und hat verschiedene Leitpläne vorgeschlagen, die man dazu nehmen kann. Sie sind im Antrag angehängt. Es gibt in Sachsen eine Verwaltungsvorschrift zu Schulwegen. Sie sagt, Schulwegpläne sollen in Sachsen mindestens dort aufgestellt werden, wo sich für Kinder gefährliche Situationen ergeben. Und ich glaube, keiner wird bezweifeln, dass es viele gefährliche Situationen im direkten Schulumfeld für viele Schülerinnen und Schüler mit dem Radverkehr gibt, mit dem Fahrrad gibt. Das wurde uns auch explizit gerade in der Verkehrskommission noch mal vorgestellt, dass an vielen Schulen Hochpunkte von vielen Radverkehrsunfällen im Umfeld von Schulen sind. Mit den Ratschulwegplänen würden diese Unfallstellen notiert, würden registriert, könnten gezielt entschärft werden. Und es ist auch hier sehr wichtig, dass die Schulgemeinschaft einbezogen wird, und zwar auch die Schülerinnen und Schüler. Beide Teile des Antrages, da geht es um Schulwegssicherheit zu Fuß oder mit dem Rad. Es ist so, dass es in den Stadtbezirksbereiten und in Ortschaften gab es überall Zustimmung. Und ich freue mich auch über eine Zustimmung hier in diesem Stadtrat. Und vielen Dank. Ich würde mal auf die Fraktionsrunde verzichten, wenn Sie einverstanden sind, weil wir sind zwei Wortmeldungen und eine bei Bedarf gemeldet. Wir würden einfach von oben nach unten mal durchgehen. Herr Breuer, bitte schön. Und dann Herr Dietze. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Dresdner. Sicher zur Schule mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Ein schöner Titel. Wer kann da schon was dagegen haben? Nö. Prinzipiell unterstützen wir dieses Vorhaben. Allerdings sind nicht alle Punkte sinnvoll bzw. stringent. Deshalb beantrage ich hiermit punktweise Abstimmung. Punkt 1 können wir durchaus unsere Zustimmung geben. Die gegenwärtige Situation ist an einigen Schulen besonders am frühen Morgen nicht tragbar. Sie belastet alle Schüler, Lehrer und Eltern, egal mit welchen Verkehrsmitteln sie zur Schule kommen. Schließlich parkt niemand aus Lust oder Laune in zweiter oder dritter Reihe. Eine Lösung zu finden für Eltern, die ihre Kinder mit dem privaten Kraftfahrzeug zur Schule bringen, findet unsere Zustimmung. Wir nehmen Wohlwollen zur Kenntnis. Dass hier ausnahmsweise Autofahrer einmal nicht drangsaliert werden sollen, sondern dass nach praktikablen Lösungen gesucht wird. Punkt 2. Ich zitiere aus der ursprünglichen Antragsbegründung. Zitat. Das Konzept der Elternhaltestelle wird deutschland- und europaweit bereits in vielen Städten erfolgreich angewandt. Die Stadt Essen setzt beispielsweise an der Andreas-Schule eine Elternhaltestelle um. Zusammen mit begleitenden Maßnahmen, Ausschilderung, Verbesserung der Querungsmöglichkeiten, konnte der Anteil der Elterntaxis halbiert werden. Über 80 Prozent der Eltern bewerten die Idee als gut oder sehr gut. Quelle ADAC 2018, das Elterntaxi an Grundschulen. Zitat Ende. Wenn die Daten- und Erfahrungslage so gut ist, wozu benötigt man dann ein Modellprojekt? Dies ist allerdings nicht der Hauptkritikpunkt an der Vorlage. Schlimmer zeigt sich hier ein sehr kritisch zu hinterfragendes Verhältnis zur Demokratie. Wir wissen, dass dieser Antrag durch die einzelnen Stadtbezirksbeiräte gegangen ist. Leider haben die Einreicher deren Votum bei der Auswahl der einzelnen Schulen nicht hinreichend berücksichtigt, obwohl die dies ja eigentlich selbst gefordert haben. Ich kann dies aus eigener Erfahrung aus dem Stadtbezirksbeirat Leupen so berichten. Wegen dieses Demokratieversäumnisses können wir diesem Punkt nicht zustimmen. Punkt 3. Radwegpläne sind eine wichtige Sache. Die TU Dresden hat hier eine sehr gute Handreichung für Schulen bereitgestellt. Diese sollte auch genutzt werden. Was die Einreicher jedoch nicht berücksichtigt haben, ist die Tatsache, dass die Handreichung für Lehrer erstellt worden ist, nicht aber für den Oberbürgermeister oder die Verwaltung. Lehrer sollen diese im Unterricht nutzen und können damit einen lebensnahen und fächerübergreifenden Unterricht gestalten und gemeinsam mit den Schülern diese Radwegpläne erstellen. Was passiert, wenn sich schulfremde Personen hier einmischen, haben wir bei einer der letzten Stadtratssitzungen hören können, als es um das Doring an der Karl-Marx-Straße ging. Frau Kaspari wollte uns erklären, dass Schüler, die mit dem Rad aus Richtung Weixdorf ins Gymnasium Klotsche fahren, die Karl-Marx-Straße benutzen würden. Gut, Fehler macht jeder. Das ist hier auch nicht das Problem. Es zeigt aber deutlich, dass es richtig ist, die Verantwortung zur Erstellung von Radwegplänen bei den Schulen zu belassen und nicht der Verwaltung zu übertragen. Ein entsprechender Auftrag an den Oberbürgermeister ist daher abzulehnen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Als nächste Wortmeldung Herr Dietze. Frau Frühjahr, Sie wollen Sie auch? Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren. Die sogenannten Elterntaxis sind verlässlich Aufregerthemen an allen Schulen. Ich kann das an meinen auch jeden Morgen auch beobachten. Der Begriff Wuling ist da noch nett. Die unmittelbar vor den Eingang halten Fahrzeuge tragen wesentlich dazu bei. Dabei sind die Gründe der Eltern, ihre Kinder mit dem Pkw zur Schule zu bringen, nachvollziehbar gerade in Stadtrandlage. Außerdem ist da auch nicht die unberechtigte Angst der Eltern vor den Gefahren, die der Schulweg birgt. Es besteht also der berechtigte Wunsch, die Kinder nicht nur per Fahrrad oder zu Fuß sicher zur Schule kommen zu lassen, sondern auch mit dem Auto, was im Endeffekt zu dieser Situation führt, die ich Wuling nannte. Der Antrag möchte jetzt pilothaft Abhilfe schaffen, in denen eine Entfernung von bis zu 250 Metern Elternhaltestellen schafft, während der Raum unmittelbar vor der Schule mit Halteverbot freigehalten werden soll. Die Stadtbezirksbeiräte haben dafür konkrete Vorschläge unterbreitet, die im Antrag aufgenommen wurden. Das ist sinnvoll und dem werden wir folgen. Im Punkt 3 des Antrags soll dann noch Schulwegpläne ausstellt werden, damit die Schüler sicher mit dem Fahrrad zur Schule kommen. Auch dagegen ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Dennoch stößt mir eine Sache bei dem Antrag auf. Damit die Dresdner Kinder sicher zur Schule kommen, bedarf es eben mehr als neue Schilder. Dafür müssen in erster Linie infrastrukturelle Maßnahmen durchgeführt werden. Ich möchte hier einen Hinweis der CDU Loschwitz aufnehmen, die seit Jahren auf die mangelhafte Schulwegssicherheit hinweist. Auf Straßen, die unmittelbar Schulweg vieler Kinder sind, fehlen schlicht Fußwege. Dazu gehören die Tennisstraße, die Rochwitzer Straße und die Hutbergstraße. Bisher wusste der GW4 mit seinem Bürgermeister diese Problemlage zu ignorieren. Sicher, weil dies mit erheblichen Kosten verbunden ist. Das würde aber tatsächlich zu spürbar mehr Sicherheit auf den Schulwegen führen, insbesondere zu Fuß und mit dem Fahrrad. Danke. So, als nächstes Frau Frohwieser und dann hat es sich Herr Lichte gemeldet. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Sache haben die Kolleginnen Kaspari und Dietze gerade schon alles gesagt, aber ich glaube, diesen Blödsinn der AfD-Fraktion muss man hier schon auch noch mal widersprechen. Vielleicht schauen Sie sich das Stadtbezirksbeiratsvotum von Leuben noch mal an. Vielleicht haben Sie es nicht kontrolliert, wenn es da einen Beschluss gab, dass da irgendein Vorschlag drin stand. Er steht jedenfalls nicht drin. Und selbst wenn es einen gegeben haben sollte und dort ein Fehler gewesen wäre, hätten Sie das gerne auch noch in die Beratung mit einbringen können. Und in dieser Hinsicht, das ist ja ein gemeinsamer Antrag von Grünen, Linken und SPD, möchte ich mich ausdrücklich auch noch mal bei der CDU-Fraktion bedanken, die tatsächlich nach dieser langen, langen, langen Reihe durch die Stadtbezirksbeiräte und die wirklich sehr positiven Beratungen in den Stadtbezirksbeiräten mit vielen Anregungen, mit uns gemeinsam diese vielen, vielen Anregungen und auch weitere Anregungen, die von Bürgerinnen und Bürgern durch die Presseberichterstattung gekommen sind, in diesem Antrag aufgenommen haben. Die Einzigen, die in diesen ganzen langen Beratungen keinen konkreten Änderungsantrag mit einem weiteren dort augenscheinlich fehlenden Vorschlag, ich kenne ihn nicht, weil es steht weder im Motum noch ist er vorgetragen worden, ist die AfD-Fraktion. Vielen Dank. Und jetzt Herr Lichty. Hallo, ja, vielen Dank. Herr Obergemeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich kann natürlich das Anliegen von sicheren Schulweg zu sorgen vollinhaltlich unterstützen. Allerdings bin ich schon sehr erstaunt und ich finde es auch, man muss es ablehnen, den Punkt 1, im Grunde die Art, die Legalisierung, das Schönreden des Wulings, wie es Herr Dietze genannt hat, indem man jetzt sogenannte Elternhaltestellen einrichtet. Das kann nicht die Lösung sein. Und wenn ich dann höre, dass das Ganze auf einer ADAC-Studie beruht, wo es dann in dem Fall Essen zu diesen positiven Ereignissen oder zu diesen positiven Wirkungen kommen sein soll, bitteschön, aber immerhin ist der ADAC ein Auto-Lobby-Verband, wenn ich mich recht erinnere. Und dass der zu ähnlichen Ergebnissen kommt, ist, glaube ich, unmittelbar nachvollziehbar. Eigentlich sollte den Einreichern auch zu denken geben, dass hier ein Vertreter der AfD-Fraktion genau diesen Punkt sehr positiv bewertet hat. Es geht hier darum, dass man diesen unerträglichen Zustand der Elterntaxis mit den erheblichen Gefahren, den man hier ja im weiten Umfang duldet, jetzt über diesen vermeintlichen Ausweg der Elternhaltestelle in 52 Meter Entfernung legalisieren möchte, schönreden möchte. Ich finde das unerhört. Ich finde das wirklich unerhört. Es müsste in die Richtung gehen, wie es der Herr Dietze auch gesagt hat, der Schuhweg müsste sicher gemacht werden. Auch das Thema Rochelinser Straße haben wir, glaube ich, auch schon öfters gehört. Aber jetzt dieses Problem damit praktisch zu lösen, zu erschlagen und eine Lösung zu simulieren, indem man das jetzt auch noch legalisiert und noch als großen Fortschritt sagt, das leuchtet mir überhaupt nicht ein. Also ich sage noch mal, ich habe jetzt hier von meiner Person gesprochen. Ich werde ihm nicht zustimmen können. So, weitere Wortmeldungen für das. Jetzt Frau Abel zunächst und dann Herr Böhm. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, liebe Zuhörende. Ja, die Linke ist für einen sicheren Schulweg zu Fuß, zum Rad und eventuell auch mit dem Auto. Ich kann das nicht verstehen, dass man das so direkt ablehnt, dass es Elternhaltestellen gibt, weil ich denke, dass unser Schulsystem so aufgebaut ist, dass doch einige Schülerinnen und Schüler und der Kollege von der CDU hat es ja gesagt, weite Anfahrtswege in Kauf nehmen müssen, damit sie an eine Schule kommen, die ihrem Profil, ihrem Bedürfnis entspricht. Natürlich wäre es wünschenswert und vielleicht auch angenehmer, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln immer zu kommen. Das ist schwierig. Auch an meiner Schule gibt es einige Familien, die von weit hinter dem Fernsehturm kommen, die aus der Sächsischen Schweiz kommen und natürlich ist deren Anfahrtsweg gigantisch und Eltern, die zur Arbeit fahren, nehmen ihr Kind mit. Ich halte das für eine Möglichkeit. Eltern Taxihaltestellen dann anzubieten, um das Ganze vernünftig zu regulieren. Meine Hoffnung besteht darin, dass Eltern, die ihr Kind nur ein kurzes Stück bringen, jetzt aber in 250, 300 Meter Entfernung parken müssen, mitbekommen, ach, ihre Kinder schaffen einen Weg von 300 Meter, vielleicht schaffen sie den auch von 1.500 Metern. Also, ich glaube, auch diese Prozesse gibt es, denn eigentlich gerade jüngeren Schülern macht es Spaß, mit ihren Freundinnen, mit ihren Freunden gemeinsam zur Schule zu gehen und dabei noch so einiges zu erzählen und zu erleben. Wir möchten uns wirklich bedanken für die konstruktive Zusammenarbeit, auch für die gründliche Vorarbeit von Frau Kaspari zu diesem Antrag, aber er hat ganz schön lange gedauert. Also, ich weiß nicht, ob wir nicht Wert genug darauf legen, ich weiß nicht, wie viel Mal das vertagt worden ist im Bauausschuss, es ist nie vorgekommen, vorangekommen. Also, wir haben uns für diese Rede, Frau Kaspari sagte das ja, so oft vorbereitet, weil wir einfach nie diesen Antrag hier bis zum Stadtrat bekommen haben. Vielleicht sollten wir schauen, dass uns solche Dinge nicht immer wieder passieren, dass wir es schneller durchziehen. Vielleicht ist damit mit den Doppelsitzungen des Bauausschusses damit auch ein erster Schritt getan. Wir freuen uns über die breite Zustimmung zu diesem Antrag, dass wir mehr für die Sicherheit unserer Kinder auf den Straßen hier in Dresden tun. Danke. So, jetzt hat sich als nächstes Herr Böhm gemeldet, verzichtet. Dann Herr Breuer. Ja, ich möchte noch ganz kurz auf zwei Einschuldigungen von der Frau Frowieser eingehen. Die erste mag ja auf einem Missverständnis beruhen. Sie haben recht, der Stadtbezirksbeirat Leupen hat keine Vorschläge gemacht, aber in der Vorlage stand eine Schule aus Leupen und die hat der Stadtbezirksbeirat rausgestrichen und das haben Sie nicht berücksichtigt. Und deshalb, das hatte ich bemängelt. Und das Zweite, das ist an Unverschämtheit und Dreistigkeit eigentlich kaum noch zu überbieten. Sie können ruhig zuhören. Die gesamte linksgrüne Seite hat sich eindeutig Interessant, ne? Frau Böhm, Sie haben es ja in Ihrer eigenen Webseite stehen. Hat sich eindeutig dazu positioniert, AfD-Anträge, egal vom Inhalt, egal was sie sind, auch wenn sie völlig unpolitisch oder irgendwas sind, grundsätzlich abzulehnen. Halten Sie den Mund da hinten. Das ist Ihre Position. Und dann kommen Sie mit der Dreistigkeit zu verlangen, dass ich Ihren Antrag in irgendeiner Weise qualifiziere. Vergessen Sie es. Vergessen Sie es einfach. Herr Bittel. So, das hat erst einmal die Rednerliste abarbeiten lassen. Und gibt es noch den Bedarf auf ein Schlusswort? Sehe ich nicht. Dann machen wir lieber schnell das Thema abbinden und kommen zur Abstimmung. Das ist punktweise beantragt. Also, ich würde jeweilig den federführenden Ausschussbericht in den Punkten 1, 2 und 3 zur Abstimmung stellen. Wer für den Punkt 1 des federführenden Ausschussberichtes ist, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. 59, ja, 2, nein, eine Enthaltung. Mal gucken, wie die Allianzen sich fortsetzen. Wir kommen zum Punkt 2. Wer dem zustimmen möchte, des federführenden Ausschussberichtes, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. 41, ja, 21, nein, keine Enthaltung. Somit angenommen. Und last but not least Punkt 3. Wer hier zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. 41, ja, 21, nein, keine Enthaltung. Damit ist auch Punkt 3 angenommen und damit alle drei Punkte des federführenden Ausschussberichtes insgesamt. gesamt.